Und auch wieder zum Üben und nun mal das 1 durch 1, also Aufgaben aus dem 1 mal 1, aber als geteilt durch Aufgaben. Trainingsaufgaben, zufällige. Ich drücke hier auf das Z, hier auf meinen Generator und jetzt hier geht das los, Achtung, wieder in langsamem Tempo. Ihr sagt sofort kaum, dass ihr die Aufgabe gehört habt, das Ergebnis. Ich werde ein kleines bisschen später das richtige Ergebnis sagen. Ihr lest vorläufig ab, ihr könnt es dann später auch anhören. So wie bei den anderen Aufgaben auch. Schaut mal hier oben auf den Link, da sind noch andere Aufgaben in der ganzen Playlist. Also dann, fangen wir an. 28 durch 4, gleich 7. 21 durch 3, gleich 7. 16 durch 8, gleich 2. 49 durch 7, gleich 7. 24 durch 8, gleich 3. 21 durch 7, gleich 3. 100 durch 10, gleich 10. 21 durch 3, gleich 7. 64 durch 8, gleich 8. 10 durch 5, gleich 2. 36 durch 9, gleich 4. 0 durch 5, bleibt 0. 48 durch 6, gleich 8. 12 durch 4, gleich 3. 50 durch 10, gleich 5. 6 durch 1, gleich 6. 36 durch 4, gleich 9. 63 durch 9, gleich 7. 50 durch 5, gleich 10. 80 durch 10, gleich 8. 35 durch 5, gleich 7. 25 durch 5, gleich 5. 1 durch 1, gleich 1. 42 durch 6, gleich 7. 64 durch 8, gleich 8. 80 durch 10, gleich 8. 18 durch 9, gleich 2. 36 durch 6, gleich 6. 0 durch 5, gleich 0. 18 durch 6, gleich 3. 0 durch 3, gleich 0. 90 durch 9, gleich 10. 27 durch 9, gleich 3. 56 durch 8, gleich 7. 60 durch 6, gleich 10. 50 durch 5, gleich 10. 3 durch 3, gleich 1. 32 durch 8, gleich 4. 20 durch 4, gleich 5. 35 durch 5, gleich 7. 42 durch 7, gleich 6. 14 durch 7, gleich 2. 56 durch 8, gleich 7. 18 durch 3, gleich 6. 40 durch 10, gleich 4. 35 durch 5, gleich 7. 90 durch 10, gleich 9. 30 durch 5, gleich 6. 54 durch 6 gleich 9, 0 durch 6 gleich 0, 7 durch 1 gleich 7, 12 durch 2 gleich 6, 8 durch 4 gleich 2, 2 durch 1 gleich 2, 49 durch 7 gleich 7, 14 durch 7 gleich 2, 90 durch 9 gleich 10, 30 durch 3 gleich 10, 16 durch 4 gleich 4, 50 durch 10 gleich 5, 3 durch 1 gleich 3, 16 durch 8 gleich 2, 9 durch 1 gleich 9, 40 durch 8 gleich 5, 50 durch 10 gleich 5, 40 durch 4 gleich 10, 48 durch 8 gleich 6, 20 durch 10 gleich 2, 0 durch 10 gleich 0, 8 durch 1 gleich 8, 24 durch 3 gleich 8, 21 durch 7 gleich 3, 20 durch 5 gleich 4, 18 durch 2 gleich 9, 8 durch 1 gleich 8, 18 durch 6 gleich 3, 4 durch 4 gleich 1, 35 durch 5 gleich 7, 20 durch 5 gleich 2, 15 durch 5 gleich 3, 70 durch 10 gleich 7, 10 durch 1 gleich 10, 20 durch 5 gleich 4, 0 durch 7 gleich 0, 60 durch 10 gleich 6 0 durch 3 gleich 0 8 durch 8 gleich 1 45 durch 5 gleich 9 0 durch 2 gleich 0 9 durch 3 gleich 3 9 durch 9 gleich 1 Gut, lassen wir es erstmal dabei. Schaut jetzt zum Schluss. Jetzt werde ich nur links anfügen. Wir werden auch die Quadratzahlen üben. Und auch dafür gibt es genug Aufgaben. Und wie gesagt, in der Playlist hier oben immer bei dem i aufpassen. Beziehungsweise jetzt hier zum Schluss Verweise auf Playlists beziehungsweise andere Übungsvideos. Dann kann man noch besser üben. Also, bis zum nächsten. Tschüss, tschüss.